Mann! Was ist das hier eigentlich für eine gute Idee? An Frankfurt komm ich vorbei, ja. Ich glaub doch, das liegt auf dem Weg. Ja, ja, na klar. Das hier hat was so good. Ich bin mit etwas für die Art. Ihr könntest das hier. Das hier ist die Welt. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig. Nicht das. Ja, lustig wär's irgendwie, aber das ist, ne, das geht leider nicht. Roar! Donch this! Do battle! Arches ready, Mann. Freedom! Arches ready! Jo, danke, ich fahr erst, äh, Freitagfrüh fahr ich, also ich fahr morgen erst nach Berlin und Freitagfrüh fahr ich dann erst von dort. Ist ja wieder mit dem Bus und dementsprechend die ganze Tagesreise. Ah! 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 1, 2, 4! For honor and glory! For the king! Time for target practice! 2, 2, 2, 3! Time for target practice! Freedom! Reinforced! Freedom! Reinforced! Rawr! Be quick or be dead! Do battle! New battle! Darkness rises! Freedom! Come on! You will be dead! You will be dead! Darkness rises! You will be dead! You will be dead! What? You will be dead! Look at that! I will be dead! You will be dead! I will battle! Freedom! Darkness rises. Reinforced! Re-battle! Satcha's ready! Freedom! Reinforced! Charge! For armor and glory! New battle! For the king! Freedom! Charge is ready man! Watch out for the voodoo! Reinforced! Watch out for the voodoo! So, die letzte Relle. So weit war ich noch nie. Das hat er anscheinend gehört, wenn wir ihn anziehen können. Watch out for the voodoo! Watch out for the voodoo! Whoa! Honk Gott! Watch out for the voodoo! Roo window! As you don't do good aus… Yah. Work out for the voodoo! Watch out for the voodoo! Hast du Rick? Ran Теперь das против DAVID BRASIL desses, klingt gut aus im retmoment formd. Und ich okay wäre seitstem, in dem aber zukeln Ich helfe euch über das Adam-Ach... Es ist der DÜN THEевой PH bringing Das Problem nice? Das war's für heute. Wenn ich hier das Totem mache, das dafür sorgt, dass Gegner mehr Schaden erleiden. Deswegen leuchten jetzt hier oben jeweils die Augen. Das andere Totem ist so ein Dispel-Totem, aber das brauche ich nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, das bringt voll wenig. Deswegen brauche ich das nicht. Hier, das rote Totem. So, complete all heroic stages. Sehr geil. Showns everywhere, ja.